hallo leute eine spitze mit aura auf dem dach ein spitzen geschichte mit aura auf dem dach über uns ist jemand unter uns ist jemand wir sollen sie auf dem dach treffen momentchen mal okay ja die bilanz ist nicht ganz so gut aber naja okidoki klettere auf den wolkenkratzer also quasi immer nach oben wieso müssen wir jetzt dann nach unten gehen okidoki ich dachte mir doch dass da noch einer ist ich gehe mal hier ja was war denn das das weiß keiner so genau ist ja lief mal wieder nicht so wie geplant ok der hat kein alarm gewittert das eigentlich passiert nein das geht nicht man kann entweder drücken oder anvisieren ah wir haben schon 17 von 20 lampen leute das ist ja schon mal sehr cool ich bin auch sicher ja ja so jetzt ist die frage muss ich da raus wenn ja wohin wahrscheinlich muss ich darauf da oben läuft einer der scheint doch die tür zu sein und da ist er wieder hallo typi ok er schaut nach oben oh und wieder ein haufen punkte abgezogen ich weiß ich weiß dass er noch irgendwo ist ich weiß dass er noch irgendwo ist ich weiß dass er noch irgendwo ist ah shit äh ja das war unerwartete dummheit nenne ich es mal so ok da oben ist wahrscheinlich mein best way wir sind hier im sechzehnten stock und die reden hier vom fünfzehnten also ich gehe mal unbemerkt ok also ich gehe mal so auch ich gehe mal so ich gehe mal so Ah, ich bin nicht sicher. Okay, und jetzt? Ha, wenn du meinst, du kriegst mich, dann könntest du recht haben. Schnell nach unten huschen und B drücken. Okay, er sieht mich nicht. Okay, ich könnte ihn jetzt natürlich ablenken. Okay. Ich habe aber Angst, dass er... Äh... Der hat ja gut funktioniert, der Geräuschentwickler. Schon spannend. Shit, ich habe schon wieder einen Rahmen ausgelöst. Na, das wird sich nicht gut auf meine Punkte auswirken. Welch ist er? Wo ist er? So, jetzt ist sie aber mal richtig duster. So, ich gehe mal jetzt noch durch diese Tür. Um zu gucken, ob ich da irgendwelche Optionen verpassen. Ah, die Musik ist so aufregend. Hm. Und da muss ich jetzt echt durch, durch die Türen, oder wie? Das klappt doch nie. Das ist... Ah, Moment, ich meine, ich könnte ja auch auf die Karte gucken. Ja, aber da muss ich tatsächlich hin. Mist. Ach, ist das aufregend. Der war doch klein. Ah, jetzt kommt das. Sehr schön. Ich verstehe. Dann werde ich mal... Mal gucken, ob ich mit dem Geräuschentwickler was anfangen kann. Kommst du? Hallo? Kann ich dich hierher locken? Ja, das Blöde ist so lange er zielt. Ist alles in Zeitruppe. Ja, ja, was war denn das? Ich werde mich zeigen, bin ich wahnsinnig? Okay, da ist niemand mehr. Aha. Ah. Aber ein Bonus-Teil. Okay, das ist zumindest ein bisschen... ...hielfreich für meine Punkte. Ei, 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 Leute. Ihr seid fast da. Aber so ist die Repair-Krupp. Geh' weiter. Okay, wo muss ich hin? Links oder rechts? Hm, das ist... Ist mir egal. Was ist das da oben? Äh, 18.4. Power ist almost back on. Hm. Aber nur fast... Okay, da patrouilliert einer. Und da steht einer. Mist. Okay. Mist. Mist. Ich hab' mich grad' selber in die Falle gebracht, Leute. Nein. Okay. Er hat grad' bei A nicht so reagiert, wie ich gehofft hatte. Okay. 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 Was muss ich... Was muss ich tun? Muss ich die jetzt in den Nachbarraum locken? Könnte ich machen, oder? Könnte ich machen, oder? Ich könnte... was macht's? Ich habe mich jetzt in den Nachbarraum kaputt. Okay. Bestimmt. Du musst mir vorstellen. Shit. Ich will den jetzt da oben. Also das ist immerhin mal die Tür auf. Aber ich kann den da oben nicht anvisieren. Jetzt ist immerhin mal die Tür auf und vielleicht läuft er ja jetzt auch an uns vorbei. Wenn er patrouilliert. Nee, er bleibt wieder stehen. Ich dachte... Durch den Türöffner könnte ich ihn... reinlocken. Komm doch, komm doch. Nee, er kommt nicht. Mist. Ich stell mich aber auch an. Ah, nein. Hallo. Einmal hochspringen, bitte. Ah, ich dachte, wenn ich da oben durchspringe, dann... Ah, okay. Er sieht mich nicht. Aha. Nein, wir lassen mal die Tür auf. Ah, okay. Und das ist aus, weil ich den jetzt da unten habe. Ja, wir haben einen Mann, ja, wir haben einen Mann, ja nicht in einem Moment. Hey, komm aus hier. Let's see. Mhm. Okay. Erstmal die Lichter ausmachen. Leute, ich weiß da auch teilweise nicht mehr, was ich sagen soll. Wenn ich den jetzt so ziehe, dann... Ja, genau. Dann mache ich doch den hier aus. Genau. Okay, ich glaube, ich habe die 20, oder? Einen kurzen Blick auf die Karte. Ja, ich glaube, ich bin relativ richtig. Bööö. Leute, Leute. Ich denke, wir müssen nach oben, wenn wir sie auf dem Wolkenkratzer treffen sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da rein sollen. Vielleicht gibt es da... Okay. Vielleicht gibt es da tolle Sachen. Oh, oder auch nicht so tolle. Oh, gar nicht tolle. Das war nix. Das war ja mal ein Pleite, Geier. Okay. Oh, jetzt sieht die nicht. Nee, da kommt keiner. Okay. Was gibt es daneben an? Wieder Wachsoldaten. Oder noch mal Wachsoldaten. Hm. Ich weiß jetzt nicht. Ich kundschafte das jetzt mal aus, Leute. Ich meine, hier geht es ja noch weiter. Aber da kann man doch nur bei denen rauskommen, oder? Ja, genau. Mhm. Okay. Okay. Ja, da oben rauf sollte ich nicht. Da hol mir jetzt der... Ja, da kommt jetzt einer. Sehr schön. Das Licht ist ausgegangen. Ja, ja. Warum wohl? Gut. Ja, ja. Halt. Nicht die Tür. Oh. Gut. Du hast nichts gemerkt. Soll ich? Damit wir jetzt hier ungestört... Moment, ich soll ja auch aufs Dach... Ich geh trotzdem mal hier hin. Ah, okay. Ah. Und wieder ein wertvolles... Flint of Shuriken. Reflexes fear in the eyes... Of Tetsuji's Prayer. Okay. Nee, dich lass ich mal in Ruhe. Aber ich denke, da sollen wir hin. Uff, Leute. Weit gekommen in den Part. Hallo, Aura. Ja. Hallo, Aura. Aha, Statistiken hochladen. Ja. Also gut, wir haben zumindest... Ähm... Haben wir die 20 Lampen zerstören können? Ja, ist auch mal nicht schlecht. So. Übrigens, diese Aura ist auch recht hübsch animiert. Wir müssen den Karajan lokalisieren. Die dunkelsten Gassen. Karajan auf den Fersen. Dringe in den Sendeturm ein. Karten an Aufgaben. Okay. Hm. Jo. Dann würde ich mal sagen... ...am Haltepunkt. Spinnerhänger. Mhm. Nochmal. Ach, B. Ah, B. Ah, okay. Das ist neu nach unten und B. Gleich nochmal üben. So ein bisschen... Mission Impossible mäßig. Ah, und jetzt könnte ich hier hin... Okay. Wuff, Leute. Funktioniert das? Ich hab Schiss. Ich hab Schiss. Ich hab Schiss, Leute. Ich hab Schiss. Ihr habt gesehen, dass ich Schiss hab. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, ob das funktionieren kann oder nicht, sehen wir dann am Anfang vom nächsten Part. Let's play Dark, sag ich, Mark of the Ninja. Und ich bin gespannt, wie ich aus dieser Affäre hier rauskomme. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.